Hallo, schön, dass Sie hier sind. In diesem Video möchte ich mit Ihnen den Einsatz von Lightboard-Videos in der Lehre diskutieren. Sie werden anschließend in der Lage sein zu beschreiben, wie solche Lightboard-Videos produziert werden und welche Möglichkeiten sie für die Gestaltung videobasierter Lehrformate bieten. Lightboard-Videos ermöglichen es Ihnen allgemein Ihre Lehrinhalte sehr dynamisch zu präsentieren und dabei gleichzeitig mit Ihren Studierenden über die Kamera in Interaktion zu treten. Vor mir befindet sich eine transparente Scheibe. Auf dieser kann ich mithilfe solcher fluoreszierenden Stifte meine Inhalte präsentieren. Grafiken erstellen, Skizzen anfertigen, um meine Inhalte möglichst vielfältige Art und Weise zu präsentieren. Die Scheibe wird typischerweise von zwei oder hier sogar von vier Seiten mit weißen Leuchtdioden beleuchtet. Diese verleihen dem Lightboard-Video eine neonartige, fast futuristische Anmutung, die typisch ist vor Lightboard-Videos. Die Kamera befindet sich auf der von meiner Seite aus gesehen gegenüberliegenden Seite der Scheibe. Von dort aufgezeichnete Bilder wären entsprechend spiegelverkehrt. Da weder Sie noch ich Lust zu haben, meine gesamte Präsentation in Spiegelschrift vorzubereiten, muss dieses Problem also auf eine andere Art und Weise gelöst werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die Szene nicht direkt, sondern indirekt über einen dazwischen geschalteten Spiegel, wie hier dargestellt, aufzuzeichnen. In einer solchen Anordnung befinden sich häufig auf beiden Seiten lichtabsorbierende Hintergründe, die im Wesentlichen dazu dienen, störende Reflexe zu minimieren. Es ist allerdings auch möglich, die Szene direkt ohne dazwischen geschalteten Spiegel aufzuzeichnen, wobei die Kamera sich in dieser Position befinden würde. Von der Kamera aufgezeichneten Bilder wären entsprechend Spiegelverkehrt und müssten nachträglich elektronisch invertiert werden. Ein Nebeneffekt davon ist, dass auch die präsentierende Person entsprechend invertiert würde und nicht mehr korrekt dargestellt wäre. So wird meine rechte Hand und meine linke Hand jeweils spiegelverkehrt dargestellt. Im Zuge der elektronischen Nachbearbeitung können auch weitere Inhalte in das Lightboard-Video eingepflegt werden, so dass diese in der Ebene des Lightboards erscheinen. Sofern Sie beabsichtigen, im Zuge Ihrer Präsentation bereits mit einzelnen Elementen dieser Inhalte zu interagieren, empfiehlt es sich vorab, kleine Markierungen auf dem Lightboard anzubringen. Beispielsweise mit einem schwarzen Marker vor einem schwarzen Hintergrund, so dass diese für die Kamera unsichtbar sind. So gelingt es Ihnen, in Ihrer Präsentation gezielt auf einzelne Teile dieser Elemente zu verweisen. Anwendung finden Lightboard-Videos in unterschiedlichsten Lehrkontexten. Besondere Wirksamkeit entfalten Sie immer dort, wo im Zuge der Präsentation einzelne Inhalte schrittweise entwickelt werden und so logische Zusammenhänge aufgezeigt werden sollen. Häufig wird dies in den Min-Disziplinen der Fall sein, wo beispielsweise mathematische Gleichungen oder Gleichungssysteme sowie chemische Reaktionsgleichungen schrittweise entwickelt und diskutiert werden sollen. Vielleicht planen Sie ja auch, Ihre Lehrveranstaltung auf ein Inverted-Classroom-Konzept umzustellen. Lightboard-Videos erlauben es Ihnen hier in relativ kurzer Zeit und mit einem vertretbaren Aufwand, eine relativ große Menge an Videomaterial zu produzieren und Ihre Studierenden so gezielt auf Ihre nächste Lehrveranstaltung vorzubereiten. Auch im Praktikumsbereich entfalten Lightboard-Videos Wirkung. Zum Beispiel in sogenannten Flipped-Lab-Konzepten, in denen Studierende mithilfe von Videos stärker auf die Vorbereitungsphase fokussieren und so in der Praktikumsphase eine höhere Handlungskompetenz entwickeln können. Darum probieren Sie den Einsatz von Lightboard-Videos in Ihrer Lehre doch einfach mal aus. Die Chancen sind gut, dass Ihre Schule oder Hochschule eine entsprechende Ausrüstung bereithält. Mehr Informationen zu Lightboard-Videos finden Sie beispielsweise hier. Und damit wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Produktion Ihrer Lightboard-Videos für Ihre Lehre. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.